ja hallo und herzlich willkommen zu forest zum zweiten video oder let's play ich habe das gerade genommen oder ich habe so angst bei dem spiel also jetzt nicht wirklich angst sondern ich habe total die anspannung ich glaube morgen habe ich muskelkater weil ich total verkrampft bei der nebel schlimm sehr furchtbar ich will gerne mal wissen ob die mich sieht wenn ich die tasche Lampe aus hab das kann man nie wissen das kann man nie wissen hier ist extrem super hoffen wir hierher ach da ist auch eine hütte hier hoch oder nicht ja wir laufen hier hoch da oben ist glaube ich die die da weiß ich auch nicht egal egal ich muss mich gerade voll konzentrieren ja sag nicht ich bin jetzt hier wo ich gerade war es sieht so aus ob ich voll im hauptquartier von der bin oh gott die kommt da bestimmt jetzt sofort raus gelaufen so ist hier was drin nein ist hier was drin ja ein kristall und hier nein egal okay ähm wir müssen hier wieder runter ne ja laufen wir mal runter ich habe so bis jetzt noch nicht gesehen ich hoffe ich sehe sie auch nicht weil das macht mein herz nicht mit mein herz macht so was nicht mit nein nein da hinten nein gut boah hier denkt man ja wirklich alles ist so ist ja nicht schön die steht bestimmt gleich vor mir 100 pro oder hinter mir hinter mir nein ich drehe mich jetzt aber nicht um nein nein soll ich mich umdrehen einmal kurz nein ist nix gut boah hier ist schon so nebelig dies hier bestimmt irgendwo ach nein jetzt macht das auch nur so ein geräusch boah ich hab voll angst gerade nein boah jetzt mach doch mal den nebel aus da ey truller bleib mir vom leib bleib weg bleib wenn du jetzt hier stehst ich glaube ich war hier schon im haus oder nein oh ja ich will aber nicht nur kristall oh boah ich hab immer so achse das haus reiz zu gehen weil die steht da bestimmt irgendwann jetzt ist ja auch noch so nebelig war ich schon an dem haus ich vergesse die hälfte weil ich muss mich hier boah hier ist so nebelig ich laufe hier wieder runter ganz schnell nein ich möchte nicht mehr da nein wo bist du denn ja wo bist du denn ja wo bist du denn hallo ja wo bist du denn ja wo bist du denn ach ich glaub ich sollte hier nicht so späskis machen weil ey es macht hier die ganze Zeit so ein vrumm da denk ich die ist da drinnen oder die kommt jetzt gleich ich geh da hoch nein ich geh gerade aus da ist ein haus ne da ist ein haus aber ich glaub da war ich schon wir gucken einfach mal rein vielleicht kann man ja auch durchs Fenster gucken ja aber oh ich glaub die troller schläft die hat keinen Bock oh da ist wieder das Geräusch oh 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 hallo wo bist du krank ah ah hey hallo ab ey geh weg oh oh Nein, ey, ich sag's dir, ne? Boah, die steht hinter mir. Ich guck jetzt nach... Nein, ich guck nicht nach hinten. Ich renne schnell. Ey, ich laufe die ganze Zeit in dieselbe... Oh nein, ich... Nein. Ich guck jetzt noch. Boah, da steht sie wieder. Nein. Hau ab. Boah, das ist ja mal voll krank, das Spiel. Hau ab. Ich warne dich. Sonst hole ich Prinzessin Lillifee, du. Hau ab. Ich hole Lillifee. Geh weg. Ey, da war schon wieder das Geräusch. Oh, nein, ey, hau ab. Geh doch mal, ey. Lass mich doch mal in Ruhe, du Sack. Geh... Oh, die kommt dir immer näher. Ey, wo... Wo bist du, du hässliche Fuss? Geh weg. Hau ab. Nein, ich will nicht... Hallo, ich bin... Nein, ich seh dich. Ich seh dich. Ich seh dich. Ja, jetzt bleiben wir hier stehen. Hallo, ich bin viel... Boah, ey, die kommt jetzt bestimmt... Ah, ich kann hier auch nicht weg, das ist das Problem. Oh, ey. Ey, die verfolgt mich. Ich hab voll Angst vor der... Ey, ich... Ich bin hier irgendwie in einer Sackgasse. Ah! 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 Boah, ich bin erschrocken. Boah, das ist nicht mehr normal, das Spiel. Ah! Ich brauch jetzt ne Pause. Ich... Kann nicht mehr. Alles klar, ich, äh... Mach jetzt was anderes und das spiel ich gleich nochmal. Ich wünsche euch erstmal viel Spaß mit dem Video. Alles klar, bis zum nächsten Mal. Ciao.